Deutschlandfunk, Sternzeit. 10. Mai. Deutschland, Frankreich und die letzte Ariane 5. Im Juni soll die letzte Ariane 5 Rakete abheben. An Bord sind zwei Satelliten, einer aus Frankreich, einer aus Deutschland. Dass die Ära der Ariane 5 mit einer französisch-deutschen Mission zu Ende geht, ist Zufall, hat aber Symbolkraft. Denn die beiden Staaten haben sich immer wieder zusammengerauft, um Europas Raumfahrt unabhängig von den USA zu machen. Dabei gab es im Ariane-Projekt etliche Phasen, in denen sich Frankreich und Deutschland eher blockierten. Doch stets halfen einzelne Personen, nationale Eifersüchteleien und kulturelle Unterschiede zu überwinden. Einer der Brückenbauer, der die Ariane in den 80er und 90er Jahren mehrfach vor dem Scheitern bewahrte, war der Bremer Ingenieur Horst Holsten, oft Mr. Ariane genannt. Er ist vor einigen Jahren gestorben und kann leider nicht mehr miterleben, dass bald der deutsche Satellit Heinrich Herz und der französische Syracuse 4B gemeinsam ins All starten. Heinrich Herz soll verbesserte Kommunikationstechnologie im All erproben, neuartige Bauteile und Software. Der Satellit in der geostationären Umlaufbahn dient auch als Relaisstation für Erdbeobachtungssatelliten auf tieferen Bahnen. Syracuse 4B gehört dem französischen Militär. Er sorgt für den Datenaustausch zwischen Flugzeugen, Fahrzeugen am Boden, Schiffen und U-Booten. Heinrich Herz sollte ursprünglich schon vor mehr als sieben Jahren starten, aber es kam mehrfach zu Verzögerungen. Nun endlich ist es soweit, beim letzten Flug der vor allem französisch-deutschen Ariane 5-Rakete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017